Was geht ab, Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zur 18. Folge der Serie Let's Kill in die 1. Liga! Ja, meine lieben Freunde, ihr seht gerade, ich habe hier ein Brasilien-Trikot an. Kann sein, dass das falsch rum ist wegen der Webcam, aber es ist ein Brasilien-Trikot. Und das heißt, Freunde, brasilianische Trikot heißt natürlich heute ein Special mit der brasilianischen Mannschaft. Wir werden heute zwei Spiele mit unserem schönen brasilianischen Team machen. Aber halt, Moment, da oben fehlt doch irgendwas. Da ist doch irgendwas nicht richtig, hör mal, das geht doch so nicht. Und, warte mal, eigentlich spielt er ja dieser Spieler, ne, dieser gewisse Maicon-Leiter, aber der ist ja gerade nicht da, ne. Deshalb gehen wir jetzt hier hoch und gucken, wen wir an dieser Stelle für ihn dort haben, ne. Und es ist, es ist, es ist Zumba Neymar! Golazo de Neymar! Spektakularo de Neymar! Ja, mein lieben Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich beim Kevin von den Hamburger Youngsters bedanken. Der hat mir den Spieler für die Folge zur Verfügung gestellt. Großes Dankeschön hier. Ja, Zumba Neymar, Alter. 5.2.92, bester Mann, dieser Neymar. Ja, mein lieben Freunde, da würde ich mal sagen, starten wir auch direkt in unser erstes Spiel mit Zumba Neymar. Das wird heute einfach nur Rasur pur. Die Gegner werden anal penetriert. Neymar wird die alle auseinandernehmen. Wir sind bisher in Liga 7, haben sieben Punkte erreicht. Sieht nicht schlecht aus, Freunde. Wir wollen natürlich in Liga 1 aufsteigen. Das ist unser Ziel. Und dann starten wir jetzt auch direkt mit unserem ersten Spiel. Bis gleich. So, Freunde, da haben wir auch schon direkt unseren ersten Gegner gefunden, den wir jetzt gleich mit Zumba Neymar auseinandernehmen werden, hoffe ich. Come on. Jetzt schauen wir uns mal sein Team an. Was hat er uns zu bieten? Leipzig, VfB. Sieht geil aus, das Team auf jeden Fall. Schürrle hat er hier. Ben Afer, Ben Theke. Storage. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in unser erstes Spiel. Los geht's. Ja, fick deinen Scheiß, Ben Theke, diesen langen Lulatsch, Alter. Lange Pussy, ey. So, Neymar am Ball. Macht jetzt hier ein Roulette am ersten. Übersteiger, Übersteiger. Der Nächste kommt wieder mit dem Roulette. Jetzt gehen wir hier mit den Scoop-Türen rein. Megidi spinnen. Zumba Neymar. Ach ja, Neymar. Oh ja, ja. Ich go lasso, der Neymar. 1 zu 1. Oh, oh. Neymar hat hier einfach alles zerstört. Hier Scoop-Türen. Megidi spinnen. Und dann hämmert er das Ding hin und den links rein. So lasso, der Neymar. So muss es sein, meine lieben Freunde. So, jetzt haben wir hier wieder Neymar am Ball. Megidi spinnen. Scoop-Türen. Komm, Neymar. Lauf, Junge. Lauf, Lauf. Übersteiger. Gehen wir hier am nächsten vorbei. Der kommt wieder am Berber-Spin. Komm, Neymar. Du bist immer noch am Ball. Du bist schnell, Junge. Setz dich durch. Rabona-Fack. Ah, Junge, ist das hier eng. Scheiße. Huh. Komm doch her. Scheiße. Einmal noch, Neymar. Komm. Huh. Scheiße. Ah, Mann, ey. Ach, Scheiße. Egal, war eine gute Aktion von Neymar. So, Zumba-Neymar am Ball. Hier, geht er jetzt vorbei. Neymar. Bleibt jetzt hier stehen. Rabona-Fack geht jetzt hier weiter mit dem Scoop-Türen. Wieder mit dem Bullett. Durch die Beine war der Neymar. Ah. Scheiße. So, Neymar am Ball. Der Gegner kommt. Oh. Zumba-Neymar. Ach, du Scheiße. Den hat er anal penetriert, Junge. Penetration. Oh, oh. Junge, was hat Neymar da gerade angestellt mit dem, ey. So, Neymar am Ball. Der Gegner kommt. Upa. Reverse Elastico. Komm da her. Hake zu Hake. Der Wunderfake. Elastico. Der Gegner kommt. Junge, Alter. Mit dem ist Trixen einfach so geil. Der nimmt die einfach alle auseinander. Alle. Neymar ist einfach nur pervers geil. Der ist seine Münzen auf jeden Fall wert. Das sage ich euch, Freunde. Mit dem zu skillen ist eine andere Welt. Nein, nein, nein. Ey, das gibt es doch nicht. Der Gegner wieder mit einem Kopfball-Tor. Freunde, könnt ihr das glauben, ey. Immer nach einer Ecke kriegen wir so einen scheiß Kopfball-Tor, wo wir ganz klar besser sind. Der soll jetzt seinen After sonst wo hinstecken, ey, der Idiot. Egal. Komm, Freunde. So, Wallison am Ball. Was macht der? Der zack, zack. Hoppala. Oh, Wallison. Was geht denn mit dem ab auf einmal? Ist der Rille oder was? So, Neymar am Ball. Geht jetzt hier mit dem Megidispin vorbei. Neymar. Neymar. Roulette. Neymar. Neymar. Gott, nein. Ey, das gibt es doch wohl nicht. Das wäre das 2-2. Neymar, wie konntest du den nicht verwandeln? Guck mal, hat der so schön gemacht. Und dann schiebt er ihn hier links am Tor vorbei. Och, das ist doch einfach unfassbar, Freunde. So, jetzt haben wir hier wieder. Neymar am Ball. Komm, Digga. Neymar, setz dich durch, ey. Komm, wir brauchen das toll. Wir brauchen das 3-3. Komm, Neymar. Ballrollflick. Komm, Roulette. Schieß. Neymar. Gollas. Oh, oh, oh. 2-2. Super, Neymar. Yes, Baby. Geht doch, Freunde. 2-2. Neymar. Einfach nur bester Mann. Geht da hier vorbei. Ballrollflick. Zack mit dem Roulette. Und schieß das Ding in rein. Komm, jetzt nochmal Neymar am Ball. Komm, Digga. Letzter Angriff. Das ist der allerletzte Angriff. 90. Minute. Komm. Jetzt nochmal alles hier auf Neymar. Das ist unser Hoffnungsträger, Freunde. Unser Hoffnungsträger. Komm, unser Hoffnungsträger. Zack. Ah, nein, nein. Der wird gefoult. Nein. Ah. Ja, Freunde. Da ist das erste Spiel auch vorbei. Es geht 2-2 aus. Was ein Start hier. Neymar hat sich direkt in unser Team eingefunden. Hat einfach nur alles rasiert. Dieser Junge, der da gerade gezeigt wurde. Einfach nur bester Mann. Und dann würde ich auch sagen, starten wir auch gleich direkt ins zweite Spiel, meine lieben Freunde. Bis gleich. So, meine lieben Freunde. Da geht es auch direkt ins zweite Spiel. Ach, der Gegner hat sich nicht gern. Der Gegner hat hier, glaube ich, Kinect an. Hallo? Warte mal. Ich mache meinen Kinect an. Den Lappen, Alter. Was laberst du? Was laberst du? Guck mal, ich hier sitze, Alter. Haha. Bester Mann. Hallo? 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 Wie geht es dir? Wie geht es dir? Hallo? Hallo? Was? Nein. Nein. Was? Was? Speak louder. Was? Speak louder. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. So, shut the fuck up and play, Mann. Der Pisser, Alter. Mach dir das 1-0. Leck mich doch am Arsch, du Schwein, ey. Red doch mal Deutsch, ey. Hello? One, one. Rage quick. One. Hello? One. Neymar am Ball. Hoppala. Oh, oh. Neymar. Neymar. Ja, nein. Oh mein Gott, wie der dich auseinandergenommen hat. Der musste doch drin sein, ey. So, jetzt haben wir hier. Zumba Neymar am Ball. Der geht jetzt hier rein. Rabonafeck. Komm doch her. Kriegt jetzt mal ein Roulette. Scoopthör. Neymar immer noch am Ball. Wieder mit dem Roulette. Junge, lauf. Lauf. Bermerspin. Komm, Neymar. Setz dich durch. Wieder Bermerspin. Schieß. Nein. Oh Mann. Der hat sich einfach alle auseinandergenommen. Egal. Ronaldinho Gaucho hier am Ball. Hoppala. Und Colasso der Ronaldinho. Oh, oh, oh. Tanz hier. Samba a la caramba. He, he. Zack, wie er die auseinandergenommen hat, ey. Oh, geil-o-matico der Ronaldinho. Zack. Ein Skill und direkt vorbei. Wupp. Wunderschön gemacht. So, Wallison am Ball. Es geht weiter. Neymar. Zumba Neymar. Komm, Digga. Neymar. Running Waka Waka. Der Gegner kommt. Zack. Komm da her, du Sack. Huh. Neymar. Oh, oh, oh. Zumba Neymar. Ach ja, Neymar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Golasso, der Neymar. Oh, oh. Ich kann euch nicht hören. Ich kann euch nicht hören. Golasso. Oh, oh. Neymar, fickt dir einfach alles auseinander. Zerstört die Gegner jetzt. Zack, zack. Und dann, bam, in den Winkel, ey. Junge, 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 Junge. Hier geht die Post ab, Junge. Hier geht die Post ab, das sage ich euch. Ey, dieser Pisser, Mann. Ey, mach den Sweaty Goal vor der Halbzeit noch, ey. Der kriegt ist zu viel. So ein Lappen ist das doch, ey. So, Zumba Neymar. Megidi Spin. Geht jetzt hier vorbei. Junge, was ein Flitzer. Jetzt wieder mit dem Werber Spin. Scooptern. Fickt er die alle auseinander. Komm, Zumba Neymar. Zumba Neymar dreht sich jetzt hier um. Und dann mit dem Finesh-Shot. Schade, Alter. Junge, Neymar rasiert hier gerade richtig. Hör mal. Hm. Ich hab meine Sonnenbrille. Hm. Ich hab meine Sonnenbrille. Hm. Ja, Freunde. Wir starten jetzt auch direkt in die zweite Halbzeit. Wir müssen das Spiel noch drehen. Aber ich gebe nicht auf. Neymar wird das schon jetzt hier regeln. Los geht's mit der zweiten Halbzeit. So, komm. Zumba Neymar mit dem Job. Scooptern. Roulette. Zumba. Oh, Mann. Hat er sich fast hier durch drei Mann durchgesetzt. Egal. Wir holen uns den Ball wieder zurück, Freunde. Oh, nein. 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 Ey, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte. Nein. Huh. Huh. Glück gehabt, Freunde. Glück gehabt. So, jetzt haben wir hier einen Zumba Neymar am Ball. Der geht hier rein mit dem Megidis. Für den Übersteiger, Übersteiger. Neymar. Komm, Digga. Oh, fuck. Hier sind ganz schön viele. Egal. Wir nehmen uns den Ball jetzt hier hoch. Machen erstmal einen In-der-Sombrero-Flick. Grabo-na-Fack. Gehen wir jetzt hier rein. Hoppala. Fast durch zwei Mann. Scheiße. Egal. Wir holen uns jetzt den Ball zurück. Komm, komm. Der Gegner darf keinen Konter einleiten. Nein. Nein, du Pisser. Scheiße, scheiße. Komm, den kriegst du. Mann, ey. Du dreckiger, elender Hund. Bam. Elfmeter. Ja, Elfmeter, Freunde. Der Sack hat uns einfach umgegrittet. Er hat es richtig Bäm gemacht. Hör mal. Komm, den Elfer. Lass mal Neymar schießen. Macht er heute seinen Hattrick. Zumba Neymar. Neymar schießt. Und go las. Oh, oh, oh. Vier zu drei noch noch. Aber 90. Minute. Spiel vorbei. Ist gleich scheiße, Mann. Oder komm. Ein Angriff noch. Nein, der hat abgefiffen. Ja, meine lieben Freunde. Da ist das zweite Spiel auch vorbei. Wir haben das zweite Spiel leider. Vier, drei verloren. Waren aber zwei geile Spiele. Zumba Neymar hat mir sehr gut gefallen. Ey. Richtig geil, der Spieler. Also, top, 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 top Mann auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, war es das auch von dieser Folge. Let's kill in die erste Liga. Es wird auf jeden Fall die Woche noch eine Pink Slips Road to Globby Folge kommen. Keine Sorge. Ich würde mich wieder über 1500 Likes freuen für diese geile Zumba Neymar-Folge. Alles klar, Freunde. Euer Öni ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Morgen ist Silvester. Und Schwester, was weiß ich. Was soll ich gerade sagen, Mann? Ähm, ja. Ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Haut rein, meine Lieben. Euer Öni ist raus. Und ciao.